LÜBBE AUDIO Von Willow Winters Es lesen Paula Fuchs und Alexander Kalf Prolog Ich bereue das hier jetzt schon. Trotzdem gehe ich weiter in den Büroraum hinein, während er mit einem lauten Klicken die Tür hinter mir schließt. Sicher haben alle gesehen, dass ich mit ihm nach hinten gegangen bin, und sie werden genau wissen, was wir hier treiben. Ich komme mir wie ein billiges Flittchen vor. Seine Hände umfassen meine Taille und er presst mein Po an sich. Seine harte Erektion drängt sich in meinen Rücken. In meinem Unterleib breitet sich Hitze aus, als er mit geöffneten Lippen meinen Nacken küsst. Sein heißer Atem sendet kalte Schauer durch meinen Körper, und in diesem Moment knicke ich ein. Ich brauche das hier. Ohne mein Zutun verschmilzt mein Körper mit seinem, und ich hebe die Arme, um seinen Nacken zu umschlingen. Meine Finger vergraben sich in seinem Haar. Ist mir egal, was alle denken. Einmal in meinem Leben will ich mich einfach nur gut fühlen. Braves Mädchen. Ich wusste, dass ich sie auflockern kann, wenn ich mit ihr allein bin. Sie will es, und ich weiß genau, was ich tun muss. Mit den Fingern streiche ich über ihre Haut, während ich ihr das Top über den Kopf ziehe. Dafür muss ich einen Schritt zurücktreten, und sie nutzt die Gelegenheit, um sich zu mir umzudrehen, sich auf die Zehenspitzen zu stellen und ihre Lippen auf meinen Mund zu pressen. Ich dränge die Zunge in sie und schmecke sie, sauge an ihrer Unterlippe, während ich ihren BH öffne. Dann lasse ich sie los und knie mich hin, um ihre Shorts aufzuknöpfen und sie ihr hinunterzuziehen. Hm, ein Spitzenhöschen. Das wird sich leicht zerreißen lassen. Mein Atem ist laut, fast hektisch, und mein Herz schlägt wild in meiner Brust. Ich kann nicht glauben, dass ich das hier tue. Er zerreißt meinen Slip mit beiden Daumen und wirft ihn achtlos zu Boden, ohne dabei den Blick von mir abzuwenden. Erneut läuft ein erregender Schauer durch mich hindurch, und Feuchtigkeit bildet sich in meinem Schritt, als ich die Schenkel zusammenpresse. Mit einem Grinsen packt er mich an den Hüften, zerrt meine Vagina vor sein Gesicht und zieht tief die Luft ein. Normalerweise würde ich vor Scham sterben, doch sein lautes Knurren und die lässige Bewegung seiner Zunge sorgen dafür, dass ich die Augen schließe und voller Ekstase den Mund öffne. Dann steht er wieder auf und zieht meinen BH herunter. Das Kitzeln der Träger auf meinen nackten Armen nehme ich kaum wahr, während ich ihm dabei zusehe, wie er meine Brüste betrachtet. Seine Blicke sind so lustvoll, dass meine Nippel sich zusammenziehen. Sie ist so verdammt heiß. Ich wusste, dass sie schön ist, aber Junge. Ich brauche tatsächlich einen Moment, um all ihre Schönheit in mich aufzunehmen. Dann packe ich sie an den Schenkeln und hebe sie hoch, um sie auf die Schreibtischkante zu setzen. Ohne noch eine weitere Sekunde zu zögern, beuge ich mich hinunter und sauge ihren harten, blassroten Nippel zwischen meine Lippen. Sie wirft den Kopf nach hinten und ein leises Stöhnen dringt aus ihrem Mund. Er löst sich von mir und lässt meinen Nippel aus seinem Mund rutschen, bevor er sich erneut vor mich kniet. Ach du Scheiße, er wird mich lecken. Mir stockt der Atem und vor Scham will ich die Beine schließen, doch seine Hände, die auf den Innenseiten meiner Knie liegen, verhindern das. Stattdessen schiebt er mich weit auseinander, um meine Vagina zu betrachten. Meine Wangen fangen an zu brennen und ich kann nicht hinsehen, weil es mir so peinlich ist. Soll ich aufhören, Süße? Ich weiß, dass sie das nicht will. Ich schätze, es hat sich noch keiner auf diese Weise um sie gekümmert. Umso mehr werde ich sie gleich verwöhnen. Sie beißt sich auf die Unterlippe und schüttelt den Kopf. Lächelnd sehe ich sie an, bevor ich meine Aufmerksamkeit wieder auf ihre köstliche und gierige kleine Muschi lenke. Ihre Schamlippen glänzen feucht vor Erregung, ein Anblick, den ich liebe. Ich beuge mich vor und lasse meine Zunge von ihrem Eingang bis zu ihrer Klitoris wandern. Mh, es schmeckt so süß. Mehrmals lecke ich über ihre pulsierende kleine Erhebung und schließlich entspannt sie sich unter mir. Ich lächle in ihre Hitze hinein, kralle die Hände um ihren Arsch und positioniere sie so, dass ich gut an sie rankomme. Oh mein Gott! Das fühlt sich so gut an. Ich muss mich wirklich stark darauf konzentrieren, leise zu sein. Meine Zähne bohren sich in meine Unterlippe, während ich schamlos meinen Unterleib in sein Gesicht dränge. Seine Zunge massiert meine Klitoris, während er mit den Fingern in mich eintaucht und sie krümmt. Mein Rücken wölbt sich, als er meinen G-Punkt berührt. Das ist der Wahnsinn! Sie liebt, was ich mit ihr mache. Ihr Körper ist so verdammt empfänglich für meine Berührungen, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kann es kaum erwarten, in sie einzudringen und zu sehen, wie diese Brüste auf- und abhüpfen. Es sind nicht die größten, die ich je gesehen habe, aber sie strecken sich mir frech entgegen und passen genau in meine Hände. Ich beiße in ihre Klitoris. Nicht fest, nur so, dass sie sich nicht mehr beherrschen kann und ihre Muskeln sich um meine Finger zusammenziehen. Sie ist so verdammt eng. Ihre Muschi wird sich himmlisch anfühlen um meinen Schwanz. Meine Schenkel pressen sich um seinen Kopf. Ich will damit aufhören, doch ich habe meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle. Auf meiner Haut bricht kalter Schweiß aus und ich fühle mich wie gelähmt, während ich innerlich in Flammen aufgehe und Welle um Welle der Lust mich erfasst. Ihre Erregung läuft über meine Hand. Ich lasse meine Finger in ihrer engen Muschi, streichle die vordere Wand und sauge weiter an ihrer Klitoris, um auch das letzte bisschen ihres Orgasmus aus ihr herauszupressen. Ich höre nicht auf, bis sie schließlich matt auf dem Tisch liegt. Lächelnd lege ich meine Hand auf ihren zitternden Schenkel. Das sollte sie erst mal zur Ruhe bringen. Diese Muschi ist weich, heiß und feucht und sie wartet darauf, gefüllt zu werden. Ich ziehe den Reißverschluss meiner Jeans herunter und lasse die Hose zu Boden gleiten, während ich mir über den Schwanz streiche. Er bettelt darum, endlich in ihre Hitze eingehüllt zu werden. Das Geräusch seines Reißverschlusses reißt mich aus meiner gesättigten Benommenheit und erprobt öffne ich die Augen. Oh Gott! Mein Herz rast und mein Atem ist nur noch ein stoßweises Keuchen. Während ich mir das Haar aus dem Gesicht wische, schlucke ich den Kloß in meinem Hals herunter. Ich werde gleich meine Jungfräulichkeit verlieren, aber ich will nicht, dass es auf diese Weise passiert. Sie stützt sich auf die Ellbogen und schließt ihre Beine. Verwirrt runzle ich die Stirn, während heiße Wut in mir aufsteigt. Was zum Teufel tut sie da? Will sie mich etwa hier auf dem Trockenen sitzen lassen? Sowas hat noch keiner mit mir gemacht, verdammt. Ich weiß, sie hat es genossen, als ich sie geleckt habe und das, was ich mit ihr anstellen kann, während mein Schwanz sie aufspießt, wird sie erst recht lieben. Nervös räuspere ich mich und versuche, seinen Blick aufzufangen. Flammen entzünden sich in meiner Brust, während heftige Röte in meine Wangen steigt. Ich will es einfach nur nicht so. Mein Unterleib bettelt darum, von ihm gefögelt zu werden und meine dunklen Fantasien wollen, dass ich sie in die Tat umsetze. Ich will, dass er mich nimmt und in mich hämmert, bis ich schreie. Aber ich schaffe es nicht, das Ganze in Gang zu bringen. Alles okay, Süße? In seiner Frage schwingt ein Hauch von Vorwurf mit. Meine Fantasie geht mit mir durch und ich stelle mir vor, wie er mich festhält und mich genauso nimmt, wie er es will. Mich dafür bestraft, dass ich ihn zurückgewiesen habe. Aber ich will ihn ja gar nicht zurückweisen. Ich will ihm auch Lust bereiten. Um mich vom Zittern abzuhalten, beiße ich mir auf die Unterlippe. Dann lasse ich mich von der Tischkante gleiten und sinke locker auf die Knie. Sofort nimmt sie mich in ihren einladenden Mund und saugt an meiner Schwanzspitze. Stöhnend lasse ich den Kopf nach hinten fallen, fahre ihr mit den Fingern durchs Haar und drücke sanft ihren Hinterkopf näher zu mir. Ihr heißer, williger Mund fühlt sich so verdammt gut an. Sie nimmt mich noch tiefer in sich auf und massiert die Unterseite meines Schwanzes mit ihrer Zunge. Ihr Kopf ruckt auf und ab und ihre Wangen sind ganz ausgehöhlt. So hart saugt sie an mir. Ich überlasse ihr das Tempo, obwohl es mich in Wahrheit danach drängt, mich tief in ihre Kehle zu schieben. Doch ich halte mich zurück. Was ich gerade am liebsten mit ihr machen würde, würde ihr nicht gefallen. Die kranke Fantasie, dass er mich in den Mund vögelt, blitzt vor meinem geistigen Auge auf und ich ertappe mich dabei, dass ich ihn noch tiefer aufnehme, als ich eigentlich kann. Fast so, als würde ich seinen Schwanz herunterschlucken wollen. Meine Kehle zieht sich um seine dicke Länge zusammen, während er kurze, nicht zu tiefe Stöße mit seinen Hüften vollführt. Um Luft zu holen, ziehe ich für eine Sekunde den Kopf zurück und sofort ballen sich seine Hände in meinem Haar zu fäusten. Sobald ich wieder zu Atem komme, nehme ich ihn erneut in meinen Mund und setze das Spiel fort. Sie scheint richtig Spaß daran zu haben. Erneut lässt sie den Kopf zurückwandern. Ich frage mich. Ich frage mich.